Guten Morgen alle miteinander, schön, dass ihr es so früh schon hergeschafft habt. Ich darf euch jetzt den Peter Barth vorstellen, der wird euch was zu OpenStreetMap und den Summer of Code erzählen. Bitte. Guten Morgen zusammen. Ich erzähle euch heute was über den Google Summer of Code, vor allem im Zusammenhang mit dem Projekt OpenStreetMap. Aber erstmal kurz, was ist denn dieser Google Summer of Code überhaupt? Das Ganze ist ein Programmierstipendium für Studierende und der Name kommt ursprünglich vom Summer of Love. Wenn ich jetzt rum schaue, kennt hier wahrscheinlich keiner mehr. Also man muss aber deshalb keine Blümchen ins Haar stecken oder mit dem VW-Bus rumfahren. Es ist nur davon abgeleitet. Es geht darum, eine Förderung von OpenSource-Software zu ermöglichen. Also das heißt, die Organisationen haben da die Möglichkeit, Projektideen umzusetzen, umsetzen zu lassen von Studenten. Und die Studenten selber sollen damit an OpenSource-Organisationen herangeführt werden, ihnen die Möglichkeit gegeben werden, sich da einfach mal einzuarbeiten, einzuleben und dann vielleicht oder hoffentlich auch längerfristig mit dabei zu sein. Und zusätzlich gibt es auch noch einen finanziellen Anreiz, da sowohl die Organisation als auch der Student dafür Geld bekommt. Zu guter Letzt ist das Ganze natürlich auch Werbung für Google selber, weil sie damit versuchen, ihr Image zu verbessern oder zu behalten oder wie auch. Für OpenStreetMap selber. Warum macht OpenStreetMap mit? Ist, dass wir versuchen, damit neue Programmierer zu gewinnen oder neue Community-Mitglieder zu gewinnen. Wir machen es aber auch so, dass bestehende Community-Mitglieder natürlich auch teilnehmen können. Aber es ist schon so, wenn wir Google Summer of Code machen, dass sich sehr viele Studenten bei uns melden, die bisher noch nichts mit OpenStreetMap zu tun hatten. Das zweite Ziel für OpenStreetMap ist die finanzielle Unterstützung. Zum einen für den Studenten. Sollte ich vielleicht kurz dazu sagen, der Student bekommt für so einen Google Summer of Code 5000 Dollar. Gleichzeitig aber auch für das Projekt. Also das Projekt selber bekommt für jeden Studenten, egal ob er erfolgreich war oder nicht erfolgreich war, 500 Dollar. Und wie vielleicht einige von euch wissen, ist die OpenStreetMap Foundation etwas knapp bei Kasse. Gehen wir ja praktisch pleite und deshalb ist es natürlich das Google Summer of Code recht praktisch, weil das nochmal ein bisschen Geld für die Finanzierung der Server und so weiter in die Kasse spielt. Der letzte Punkt ist aber natürlich auch die Projektideen umgesetzt bekommen. Es gibt halt einfach in dem ganzen Ökosystem von OpenStreetMap immer wieder Projekte, wo man sagt, ah, das müsste man unbedingt mal machen. Weil aber im Endeffekt alle Freiwillige sind und das in ihrer Freizeit machen, ist es halt auch immer schwierig, die Zeit dann zur Übrigen das zu machen. Und da, wenn man halt dann Studenten findet, die das umsetzen können und dafür Geld bekommen, ist das halt einfach eine gute Gelegenheit, dass man einfach mal Projekte umgesetzt bekommt. Zur Geschichte von Google Summer of Code. Das Ganze fand erstmals 2005 statt. Damals noch mit 41 Projekten und 419 Studenten. Es ist so, dass mittlerweile weit über 1000 Studenten sind. Also ich glaube, dieses Jahr 1200 und um die 130 Organisationen bzw. Vereinigungen. Da war mal noch ein kleiner Knick. Also an sich geht das recht linear nach oben. 2014 zum 10-jährigen Bestehen hat das Google Summer of Code wohl etwas übertrieben. Also es ist nichts Offizielles, aber ich habe so gehört, dass sie etwas zu freizügig mit dem Geld von Google waren und deshalb dann 2015 leichte Einschränkungen hatten, um da wieder etwas zu sparen. Aber jetzt ist es eigentlich wieder 2016 wieder nach oben gegangen. Die Erfolgsquote bei Google Summer of Code, also nicht nur OpenStreetMap bezogen, sondern insgesamt, ist über 80%. Also sie liegt so zwischen 81 und ich glaube knapp 90%. Was heißt Erfolgsquote? Im Wesentlichen ist das die Angabe des Studenten bzw. des Mentors. Ja, er hat es geschafft. Das heißt jetzt nicht zwangsläufig, dass der Abschluss sehr gut war oder dass man voll auf zufrieden war, sondern im Endeffekt einfach nur die Ansage, ja er hat es geschafft und daraus hat Google diese Quote errechnet. OpenStreetMap selber hat das erste Mal 2006 teilgenommen oder es versucht. Hat da leider zu spät eingereicht, sodass wir da nicht teilnehmen konnten. 2007 hat es dann gar keiner versucht, sodass wir erstmals 2008 teilgenommen haben. 2013 und 2014 haben wir es jeweils versucht, aber leider zu spät eingereicht. Und da ist Google hart, dann fliegt man raus. Es war dann netterweise so, OSGEO ist bei Google Summer of Code angenommen worden und sie haben uns dann jeweils einen Slot zur Verfügung gestellt, dass wir einen OpenStreetMap Studenten über OSGEO in den Google Summer of Code reinbringen konnten. Mich hat das dann etwas geärgert. Wir hatten 2015 bei mir an der Uni, wo ich arbeite, einen sehr guten Studenten. Den wollte ich in Google Summer of Code reinbringen und habe deshalb 2015 die Administration von dem Google Summer of Code übernommen. Hat dann auch funktioniert und den Studenten auch reinbekommen. Insgesamt haben wir bisher 31 Projekte gemacht. Da zähle ich jetzt die, die dieses Jahr 2016 laufen, mit dazu. Ich habe mal ein paar Beispiele, die jetzt bekannt sind. Das sind zum Beispiel die Change-Set-Diskussionen. Die sind in einem Google Summer of Code entstanden. Das war allerdings 2013 über die OSGEO oder 2014. Also auf jeden Fall war es über die OSGEO. Ist von dem her eigentlich sehr erfolgreich, weil die ja mittlerweile sehr häufig benutzt werden und auch ziemlich beliebt sind. Also das sind eben immer bei den Change-Sets, wenn man links dann im Fenster nochmal kommentieren kann, Change-Set oder Fragen stellen kann. Ebenfalls über die OSGEO war die CGI-Map. Das ist von Paul Norman geschrieben worden. Das ist eine schnelle Implementierung, C++-Implementierung von den Map-AP-Calls. Und letztes Jahr im Google Summer of Code entstanden war die Änderungen am OpenStreetMap-Kartus-Stil. Also ich sollte vielleicht dazu sagen, dass ich inhaltlich daran nicht beteiligt bin, nur falls hier im Publikum welche sind, die sich über die neuen Farben aufregen. Das kam nicht bei jedem an. Ich habe hier nochmal ein Beispiel. Das ist ja jetzt auf der Hauptseite der neue Farbstil. Also ich finde es persönlich sehr gut. Und es war eigentlich von den OSM-Carto-Leuten lange angedacht, diesen Farbstil-Änderung zu machen. Aber es war halt einfach viel Arbeit. Und da hat sich das mit dem Google Summer of Code ergeben, dass man da einfach so eine umfassende Farbschema-Änderung macht und die dann auch live gegangen ist. Weitere Sache ist Chosen, wo wir sehr viele verschiedene Projekte haben, also Verbesserungen. Da haben wir letztes Jahr und dieses Jahr den gleichen Studenten, den Michael Zangel aus Karlsruhe, der da sehr gute Arbeit macht, der sich da eingearbeitet hat und nicht unbedingt sichtbar, aber so unter der Haube viele Änderungen, viele sinnvolle Änderungen dann Chosen macht. Und wir haben auch einige neue Plugins dadurch bekommen. Eins habe ich mir mal herausgesucht, das ist das Mapillary-Plugin, wo man eben die Bilder zum Mappen direkt in Chosen sieht. Weiteres Projekt, wo ich am Anfang ja schon erzählt habe, warum ich eigentlich den Admin übernommen habe 2015, das ist OSM2World, wo wir den Studenten aus Passau hatten. Und der hat für den 3D-Rendering die Pipeline umgestellt auf modernes OpenGL und hat da Schatten eingebaut und hat Ambient Occlusion und ein paar so Shader-Implementierungen gemacht, um das Erscheinungsbild von der 3D-Karte zu verschönern. Wie ist denn jetzt der Ablauf von dem Ganzen? Anfangen tut das Ganze mit einer Bewerbungsphase für die Organisationen. Da sagt man bei Google, ich würde da gerne mitmachen und schickt dann ein paar so Bewerbungsfragen hin. Organisation heißt im Wesentlichen, ich muss irgendwas mit Open-Source-Software machen. Das ist eigentlich die einzige Voraussetzung. Open-Street-Map erfüllt das natürlich. Es ist aber so, man kann auch eine kommerzielle Firma sein und sich trotzdem bei Google Summer of Code bewerben. Also zum Beispiel GitHub hat sich auch beworben, weil die auch dann Open-Source-Projektideen hatten. Die sind auch angenommen worden. Und man muss auch nicht zwangsläufig eine rechtliche Vereinigung sein. Also es müsste jetzt auch nicht sein, dass wir die Open-Street-Map-Foundation haben. Man muss im Wesentlichen nur irgendwie eine Möglichkeit haben, sich von Google Geld überweisen zu lassen. Aber theoretisch könnte ich da auch mein privates Konto angeben und sagen, das kommt dann danach Open-Street-Map zugute. Das reicht im Endeffekt. Vorteilhaft ist halt immer noch, wenn man da angeben kann, Twitter-Account, Webseite, Mailing-Liste und so weiter, dass man halt irgendwie nachweisen kann, man hat wirklich was mit Open-Source zu tun. Dann gibt es die Bewerbungsphase für Studenten. Da gehen Studenten her und schreiben im Wesentlichen eine Bewerbung. Sie dürfen sich gleichzeitig auf bis zu drei Projekte bewerben und werden dann halt am Schluss ausgewählt, wo sie reinkommen. Dann kommt die Aufgabe für den Administrator, das Setzen der Max- und Min-Slots. Zur Erklärung vielleicht kurz. Wir haben ja dann eine Menge von Bewerbungen. Wir schauen uns das Ganze an. Was sind gute Projekte? Was wollen wir? Welche Studenten wollen wir wirklich fördern? Und da entscheiden wir, diese fünf Leute sind wirklich super. Die wollen wir auf jeden Fall. Wir wollen, dass die mitmachen. Die setzen wir dann als Min-Slots. Da sagen wir zu Google, wir wollen mindestens fünf Studenten gefördert haben. Und die Max-Slots sind dann, wir haben ja noch weitere fünf Studenten, die sind eigentlich auch wirklich gut, sind gute Projektideen, aber wenn ihr es nicht mehr bezahlen könnt, Google, dann haben wir Pech gehabt, überleben wir es auch. Also setzen wir dann fünf auf Min- und zehn auf Max-Slots. Dann hat Google intern einen Berechnungsalgorithmus, überlegen sich das irgendwie und weisen dann den einzelnen Projekten Slots zu. Dabei geht auch einher, wie erfolgreich das letzte Jahr war. Die genauen Kriterien geben sie nicht bekannt. Was sie aber zum Beispiel sagen ist, man muss im Google Open-Source-Blog einen Artikel veröffentlichen. Damit erhöht man die Chancen, fürs nächste Jahr genommen zu werden und auch die Slot-Zuweisung. Hatten wir letztes Jahr zum Beispiel nicht. Wir hatten keinen Blog-Artikel. Allerdings war das von Google verschuldet. Ich hatte einen tollen Artikel geschrieben und sie haben es irgendwie Misskommunikationen verplant, ihn online zu setzen. Der ging dann, ich glaube, ein halbes Jahr nach Ende in unserem Blog nochmal online. Wenn wir die Slots haben, dann ist das typischerweise jetzt zwischen diesen fünf und zehn Slots. Und dann müssen wir halt auswählen, welche Projekte nehmen wir dann jetzt wirklich. Also vor allem, wenn wir über die Min-Slots sind. Wenn wir genau die Min-Slots bekommen, ist relativ klar, dann nehmen wir diese fünf Personen. Wenn wir mehr bekommen, müssen wir uns halt intern nochmal kommunizieren, welche nehmen wir jetzt konkret. Und dann kann es auch schon losgehen mit dem Community-Bonding, wo von den Studenten erwartet wird. Ja, macht es euch doch mal mit eurer Organisation vertraut. Schreibt es auf der Mailing-Liste, schreibt es über euer Projekt, stellt Fragen, holt Feedback ein, falls es dann nochmal Details gibt, zu klären gibt, wie das Projekt ausschauen soll. Und wenn die Community-Bonding-Phase zu Ende ist, geht es los mit Programmieren. Das sind zwei Phasen, die jeweils knapp über vier Wochen dauern und jeweils am Ende einer Phase gibt es eine Evaluierung, wo man halt im Endeffekt sagt, passt alles oder auch nicht. Die Arbeiten selber, wenn ich mir das jetzt anschaue, was hat der Admin zu tun? Das ist die rechtzeitige Einreichung der Bewerbung. Ja, klar. Dann die Beantwortung der Bewerbungsfragen. Wen das mal interessiert, wie die ausschauen, ich habe die eigentlich immer ins Wiki reingestellt und auch in früheren Jahren stehen die im Wiki drin. Auch unsere Antworten dazu. Und ansonsten ist es viel Kommunikation mit den Studenten. Am Anfang ist es halt so, wir haben ja dieses Jahr sechs Studenten, die mitmachen und ich glaube, 30 Studenten oder so haben sich bei uns gemeldet. die hat dann auf der Mailing-Liste im IRC und Ähnliches dann Anfragen, Fragen stellen und so weiter. An der Stelle kann man auch immer schon ein bisschen aussortieren. Kommen dann auch mal Studenten, die sagen, oh, ich würde gern bei diesem Open Street mitmachen und wenn ich halt schon den Projektnamen, wo ich mitmachen will, nicht richtig schreiben kann, würde ich mal sagen, es ist ein erstes Aussortierungskriterium. Dann gibt es noch so Erinnerungs-Mails und Kommunikation mit den Mentoren, bitte vergesst nicht zu evaluieren und so weiter. Das ist aber eher Kleinkram und was ab und zu noch nötig ist, ich habe es mal hier Bad Cop-Spielen genannt, wenn ein Student dann nicht mitmacht, halt dem Studenten mal schreiben, dass die Mentoren versuchen halt immer ein gutes Verhältnis dann mit den Studenten auch zu pflegen, aber dass man halt noch mal sagt, bitte kümmere dich jetzt drum, Student, mach das und da muss man halt schreiben. Und das zweite Notfallding ist noch die Evaluierung. Wenn der Mentor es verplant, kann ich das als Admin auch noch machen. Das ist aber typischerweise ein Schwachsinn, weil ich mich mit dem Projekt dann nicht so gut auskenne, dass ich die Evaluierung sinnvoll machen kann. Für den Mentoren heißt das entsprechend, er muss die Projektskizze machen, also was ist eigentlich die Idee, wie soll das Projekt ausschauen, das muss er schreiben und auch mit dem Studenten kommunizieren. Wenn der Student kommt, ich würde gern das und das machen, dann muss der Mentor das noch mal genau erklären. Da ist zum Beispiel der Polyglot ziemlich gut drin, der verlangt von jedem seiner Studenten eine Hangout-Session oder Mumble-Session oder sonst was. Da wird dann mindestens zwei Stunden mit dem Studenten kommuniziert, ihm genau das Projekt erklärt und so weiter und bevor er sich dann entscheidet, welchen das er wirklich nimmt. Das heißt für ihn dann auch oder das heißt allgemein auch, wenn man mehrere Studenten hat, die sich aufs gleiche Projekt bewerben, muss man halt dann irgendwann auswählen, ich nehme jetzt konkret diesen Studenten. Weiterhin hat er natürlich dann Unterstützung für die Studenten zu leisten, also bei der Community-Bonding-Phase und bei der Einarbeitung und so weiter und vor allem wird eigentlich auch verlangt, das wird im Endeffekt auch von Google schon verlangt, dass man eine wöchentliche Projektbesprechung mit dem Studenten macht, um sich dann noch mal zu unterhalten, wie ist der Projektfortschritt, wie schaut das aus und so weiter. Die Evaluierung muss er wie gesagt machen, die sonst zur Not ich machen müsste. Für den Studenten heißt es, er muss sich eine Organisation auswählen, also das ist jetzt nicht sonderlich schwer, weil man da eigentlich immer die Beste nimmt, OpenStreetMap, muss sich aber innerhalb von OpenStreetMap dann ein Projekt überlegen, das er machen will. Er stellt sich dann entsprechend beim Mentor vor und bei der Organisation sollte auf der Mailing-Liste mal aufschlagen, hallo, ich bin der und der, wird gern das und das machen und Details zum Projekt noch mal erklären. Dann natürlich fleißig programmieren und auch der Student muss eine Evaluierung machen, wo er noch mal schreibt, funktioniert alles gut, mein Mentor ist super, OpenStreetMap ist super und ja, genau, ich mache gern weiter und wenn sowohl Student als auch Mentor die Evaluierung gemacht hat, dann sind sie alle zufrieden, er darf weitermachen und bekommt sein Geld. bekommt dann zweimal, also nach der ersten Phase 2.500 Dollar und nach der zweiten Phase 2.500 Dollar. Eine Sache, wo ich eine Ausrufezeichnung geschrieben habe, ist noch die Dokumentation. Das ist etwas, was wir bei OpenStreetMap an sich verlangen, dass die Leute ihr Projekt sauber dokumentieren, irgendwie User Diaries schreiben oder im Wiki, einfach damit wir ein bisschen darüber berichten können bei uns im Blog und das Ganze bewerben können. Ich hatte auch jetzt jedes Jahr eigentlich eine Umfrage gemacht oder Befragung von den Teilnehmern. Es ist im Endeffekt, kann man sagen, es ist sehr arbeitsintensiv für einige Leute, also wie gesagt, Polyglot zum Beispiel gibt an, dass er fünf bis zehn Stunden pro Woche nur mit Google Summer of Code beschäftigt ist. Andere Mentoren sagen, sie brauchen ein bis zwei Stunden. Was aber allgemein war, es war sehr positives Feedback, auch wenn jetzt ein Projekt nicht direkt umgesetzt worden ist oder benutzt worden ist, es war durchweg positives Feedback und alle Mentoren waren eigentlich immer der Meinung, auf jeden Fall wieder teilnehmen. und zum Ausblick noch, künftig wird das Ganze unter dem Dach der EWG, der Engineering Working Group, stattfinden. Das ist eine kleine Änderung, aber die eigentlich keine Außenwirkung hat und auch 2017 wird es auf jeden Fall wieder ein Google Summer of Code geben. Wenn hier interessierte Mentoren sind, bitte frühzeitig Ideen sammeln. Die Wiki-Seiten für 2017 sind schon online. Da kann man jetzt gerne Projektideen einstellen oder ihr könnt mich oder auf der Dev-Mailing-Liste schreiben, wenn ihr eine Idee habt, die erklären, dann wird die kommuniziert, ob sie gut ist, die Idee und dann können wir da weitermachen und auch für Studenten der Hinweis, frühzeitig Ideen nennen. Also ihr müsst nicht unbedingt ein Projekt auswählen, das auf der Wiki-Seite steht, sondern ihr könnt auch mit einer Projektidee an uns herantreten. Ihr würdet gern das und das machen. Ist das okay? Das funktioniert auch. Einfach mal IRC-Mailing-Liste schreiben oder mich anschreiben und dann funktioniert das. Bei Interesse, wie gesagt, macht es alle mit. Ist eine tolle Sache. Dankeschön. So, vielen Dank, Peter, für den interessanten Vortrag. Gibt es soweit Fragen oder Anmerkungen? Ja. Du hast gesagt, dass du Administrator bist. Mir ist noch nicht ganz klar, was ist das? Bist du von OpenStreetMap als Administrator oder von Google für OpenStreetMap als Administrator? Und dann hast du gesagt, bei der Auswahl der Min- und Max-Slots, wir wollen so und so viel Max-Slots. Wer ist wir? Ja, also Administrator ist eine Bezeichnung, die Google im Google Summer of Code vergibt. Also sie sagen einfach, es gibt einen Administrator, der die Hauptkommunikation übernimmt. Und wenn Google ein Problem hat oder irgendeine Fragestellung hat, schreibt sie immer mir als Administratoren. Und ja, also das ist von Google aus. Und diese Min- und Max-Slots im Endeffekt setzen, also in der Google sagen, so und so viel wollen wir, mache ich. Aber weil wir ja ein Projekt sind, ein Community-Projekt, ist es natürlich, dass da Kommunikation stattfindet. Das heißt, ich unterhalte mich mit allen anderen Mentoren, mache einen Vorschlag, wir diskutieren das aus und am Ende setze ich halt dann die Max-Min-Slots, wie wir es halt vereinbart haben, gemeinsam. Teils gibt es ja sehr interessante Projekte, nur leider verschwinden dann nach Abschluss des Projekts irgendwie die Studenten ziemlich von der Bildfläche und diese umgesetzten Projekte stagnieren dann irgendwie. Also es passiert dann nicht mehr sehr viel. Gibt es da irgendwie Ideen oder wie man da halt versuchen kann, das irgendwie längerfristig aktiv zu halten? Ideen habe ich dazu keine. Also was man sagen muss, wir fördern explizit auch Leute, die schon in der Community sind. Wer also in der Community ist und eine Projektidee hat, kann sich auch sehr gerne bewerben, dass wir denen unterstützen. Also es ist bei OSM Carto zum Beispiel so, der macht sowieso bei OSM Carto mit und hat jetzt halt da die Gelegenheit gehabt, über den Sommer dann nochmal intensiv daran zu arbeiten und das Geld zu bekommen. und ansonsten empfehle ich halt den Mentoren eigentlich immer, macht Projekte, die dann einen gewissen Abschluss haben, wo ihr selber das dann auch fortführen könnt, damit das nicht irgendwie ein einzelnes Projekt ist, das von dem Studenten abhängig ist, sondern dass der Mentor das auch irgendwie übernehmen kann, weil die Gefahr immer da ist. Bei meiner Umfrage ist aber schon herausgekommen, dass zumindest ein Teil der Studenten, die mitgemacht haben, bei OpenStreetMap geblieben sind, zwar nicht als Programmierer, aber ein doch nennenswerter Anteil ist danach mappert worden durch den Google Summer of Code. Mich interessieren ein bisschen die großen Bögen. mir wurde von kompetenter Seite hier in Österreich gesagt, Daten, geodatenmäßig wird es nur in der Zukunft zwei Systeme geben, das eine ist Google, das andere ist OpenStreetMap. Und jetzt benutzen wir sozusagen wir OpenStreetMapper Google und kriegen von denen ja Geld irgendwie oder Förderung. Jetzt meine gezielte Frage, aber die wirst du nicht wissen. Welche Kriterien, das war mal in einem Nebensatz drin, nach welchen Kriterien wird letztlich bei Google entschieden? Wissen wir nicht, oder? Ich weise darauf hin, dass in einem ganz anderen System in der Wissenschaft ist es ungewöhnlich üblich in England, in der englischen Wissenschaft, dass man Projekte einreicht. Wissenschaftler von Unis reichen irgendwelche Projekte ein. Und wenn alle Projekte eingereicht worden sind, werden die Kriterien, nach denen entschieden wird, danach festgelegt. Aber ob Google jetzt feste Kriterien hat oder was, wissen wir ja vermutlich nicht. Und da ist so eine große Querverbindung und die hat langfristig sicher Rückwirkungen. Also die genauen Kriterien sind, wie Sie gesagt haben, nicht bekannt. Weiß ich nicht, wie die ausschauen. Aber Sie sagen ganz klar, dass Sie nicht Ihre persönlichen Geschäftsinteressen damit da einbeziehen. Also es ist auf jeden Fall so, dass es nicht nur OpenStreetMap gibt, die gefördert werden, die ein klares Konkurrenzprodukt zu Google haben. Also es gibt mehrere Organisationen und Projektideen, die ganz klar OpenSource-Konkurrenzprodukte zu Google haben. Deshalb ist da jetzt keine Gefahr, sage ich mal, dass Sie sich das mal noch anders überlegen. OpenStreetMap unterstützen Sie nicht mehr. Kann ich mir nicht vorstellen. Okay, dann vielen Dank für die ganzen Informationen und dann beenden wir jetzt den Vortrag und jetzt haben wir kurz fünf Minuten Pause, um den Hörsaal zu wechseln und danke soweit. Vielen Dank. Applaudissements 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 Applaudissements